. . . . . . . . Von der, wer wir in der Klasse haben geloten hat in der Verwohnung. Ich habe hier handgeschrieben auf dem Papier gelassen, loslassen und überlassen. Drei Wied. Wo er uns teilen, als ich hallo das. Und diese Verwohnung, Transformation, sage ich auf Englisch. Wir haben das Bild von den Transformer. Wohon wir können connecten. Und dass wir nicht geloten haben. Wenn wir an die große Allmacht denken, dann schadden wir uns. Wenn wir an die teuflische Dieste denken, dann schadden wir uns. Aber wenn wir an diesen Transformer denken, dort ist es, wo wir auch connected haben. Und da werden wir geloten sein. Gott hat den Plan rein für uns. Er hat dort vorher gemerkt. Und das ist, was ich von der und dieser Klasse wünsche. Sieht geloten. Ich weiß das, wenn es in der Klasse ist. Das kommt dann. Manchmal kommen wir mit Schriftfahrer. Wo das sich ein bisschen so feilt. Das schnitt im Horten an. Aber sieht geloten. Ich sage manchmal, das schafft es, wenn ich mich so unter spritze. Meine Früh spritze mich noch mal unter. Und das schafft es viel besser, wenn ich geloten sehe, als wenn ich nicht sehe. Wenn ich geloten sehe, dann ist das nicht weg. Und wenn ich abgereicht sehe, dann hole ich die Maske so an und das weg. Ähnlich schafft das mit so einer Klasse. Was ist das? Wenn wir geloten sind. Und wir wissen, wir sind in Gottes Hänge. Dann sind die Fahrer schon lange nicht so weit. Und das kann gerade tragisch nicht werden. Aber wenn wir festhalten. Das ist, wo es schwer ist. Ich hatte hier in dieser Klasse auch noch von einem Kind. Wie weiß denn, nach einem Kind, zwei-jährigen Kind oder noch jünger. Das ist manchmal sehr bocht. Und was tun wir mit dort? Wir versuchen das zu reden. Wir versuchen das zu bereden. Und manchmal nehmen wir bloß mal und holen das mal ein Stützchen. Das will sich auch aufbaken in alle Händen. Aber wir holen das bloß. Aber dass ihr lorten ist. Na nicht über die Arbeit, was wir mit dort willen tun. Das ist korrekt, das Gott mit uns schafft. Das ist große Menschen. Wir sind manchmal so fast. So angepackt. Und was wir glauben, wo wir uns anholen. Und dann halten wir uns mal mehr bloß fast. Ob sie noch ams. Aber wir wollen nur lorten. Nun kann es schaffen. Und diese Klasse soll sich im Bett um haben. Diese Transformation. Die Verwohnung, was passieren soll, wo wir von der Welt eine Klasse haben. Das holen sich am loslorten. Und ihr lorten Gott immer lorten. Das ist was ich dort am holen. Das erste Ängel ist bloß diese Verwohnung. Und das letzte Ängel von dieser Klasse ist Bedrächtnis. Depression, sagen wir mal. Diese Depression, wo wir so etwas wollen von reden. Die nächste Ängel von dieser Klasse. Da wollen wir besonders von dort reden. Und das soll eine Räume merken. Wo wir verwandelt waren. Um dass wir mit diesen Bedrächtnissen ganz gelorten können. Gott immer lorten. Und wenn ich von meinen Bedrächtnissen rede. Meine Depression rede. Dann sage ich manchmal, dass wir nichts tun, dass wir gelorten hätten. Die kann ich noch nicht finden. Die haben wir bloß angeholt. Wo soll ich das merken? Andere seht ihr manchmal. Mein Schwersehen sage ich mal zu mir. Na, lortet bloß mal. Doch. Leben mal. Ja. Das zeigst du. Das ist nicht so einfach. Ob wir Dinge klar hätten. Was uns dahin liefern. Wir ankommen zu uns zum Bilderwaren zu wiesen. Was passiert ist. Wann wir wirklich wollen, dass diese Verwohnung passieren loten an uns. Ich habe heute das nächste Bild wiesen. Das habe ich in euch gewesen. Ich will die Wahrerbrücken. Wann wir wollen gelorten worden. Warum haben wir verstanden, wir haben hier diese zwei Mastiche sein an uns. Oder zwei Jester. Oder zwei Menschen. Wann wir das nennen? Wir haben diesen Jest. Und wir haben das Fleisch. Und wann ich rede von losloten. Dann rede ich von uns Fleisch losloten. Wann ich rede von Eweloten. Dann rede ich von uns den Heiligen Jest Eweloten. Und dann hier, wie ich sehe. Ich sehe dieses Jest. Dieses Jest. Dieses Jest. Das ist ein Prozess. Das kann man das Fleisch losloten. Und dieses Jest. Das ist ein Prozess. Das kann sich den Heiligen Jest immer losloten. Das ist ein Prozess. Das ist was wir brücken. Und was ich auch von der Jeloten hätte reden. Das ist das Jest Jeloten worden. Wann ich mit diesem Jest will. Und Angst sind. Dann ist es sehr schwer. Jönt. Evaloten. Und es ist auch sehr schwer. Uns Fleisch losloten. So. Hieran können wir uns selbst prüfen. Wann wir abgeregt sind. Ich rede letztendlich von dem ersten Mal ein blödes Baden. Weil meine Bexellämpen geflordert haben. Weil ich habe das nicht gefeilt. Aber ich brauche das zum Beispiel. Weil einem. Ich muss das Fleisch losloten. Um dort ein geloten Baden zu können. Aber ich will nicht geloten. Aber das ist eine Übung. Wo wir uns können nennen. Dass wir wirklich geloten wurden. Und diese geloten hat ja. Wir kriegen dann. Was wir glauben. Ich sage mal. Hier prüfen sich das. Dass wir wirklich glauben. Und ans Allmachenfuhren. Oder dass wir nach Twiwelen da waren. Und da werden sage ich manchmal. Sogar. Wenn einer wo eine Botschaft bringen soll. Eine fremde Städte. Das ist nichts mehr da. Wenn einer sich da flotterig fehlt. Wenn es wir haben. Das Fleisch zu tun. Aber wenn wir am Herst. Eine gelotenheit haben. Dann wird es schaffen. Wenn es wir das Fleisch losloten. Und vielmals da. Wie eine Toberätung machen. Die das bloß zum Anfang. Was soll ich sagen. Einmal ein bisschen rören. Oder einmal ein bisschen lachen. Kann ich das mal gemacht? So viele Menschen. Wenn wir das losloten. Dann rören die. Und so Menschen. Dann lachen. Wenn wir das losloten. Das dann war es. Ja. Aber wir brauchen was. Um das unsere emotionale. Losloten. Frei worden. Wir lassen uns los. Ja. Und das ist was wir brauchen. Das ist was uns jetzt passiert. Und das nächste Bild. Hier Mike. Hier macht es noch einen Kellner. Wir nichts mit dem. Ich sei. Ich käre. Eine Nachricht. Ja. Wir machen. Ich vers Thank her. Nu up. Es gab alles getackt. Wir warten. Das interdisciplinary. Ich sage. oder zum Beispiel masserhaft in der Hand, und dort geliebt, dort bloß spielt dich. Schlagst du dich rum, kriegst du dich mit anderen Klienträgern, oder ein bisschen gummer oder ammerhaft. Und du wirst dort Lust haben, wenn du weißt, wie gefährlich das ist. Das Wort dazu kommt. Du sagst vielleicht, ich hab dort her, und dann wählt es vielleicht noch wachher an, wenn du dort denkst, haft bloß spielt dich in der Hand. Wenn du dann nimmst und hältst dort fast, und was dort dort masserhaft nehmt, das ist gefährlich. Wenn du schlagst du nachher rum, sonst spielt dich. Vielleicht lacht es sogar, und steigt bloß uit, wenn es gelieft, es spielt. Ähnlich sind wir. Wenn wir alle unsere olle Gewahnheiten loslaten, wo wir eine Ferienklasse von haben, unsere gode Gewahnheiten loslaten, dann denken wir so, da bräuchte ich nicht loslaten. Das habt ihr einmal gehört. Das, was mich keiner sagt, loszulaten. Aber weißt du was, das ist ein Eck, was das vorstellt, dann feilt sich dazu, ich mag alles verlieren. Viele Menschen gehen an das Derech, wann sie wirklich Ding loslaten wollen, was sie immer gewarnt sind. Ich dachte immer, das wäre reich, aber einmal muss ich das loslaten. Das fällt mir so schwer. Das kann ich nicht loslaten. Hier sind Biespälle, wo ich eine Brücke zwischen mir und meiner Früh und sie haben sehr klar gelehrt, klacktieren, wie die Tüte zu sein. Ich habe das nicht so gelehrt. Das wird nicht so wichtig. Hauftieren, bei Klacktieren zu werden, das wäre wie uns normal. Und wenn wir befreit werden, dann schaue ich das manchmal in Betrag. Wenn man einmal mehr klacktieren will, dann schaue ich sie mir und sage, wie man ein Hausfrau. Na, ich dachte so, wie speziere ich hier mit euch? Wie war er noch? Aber sie hat gelehrt, und das ist auch gut, ich will er nicht verachten, dass wir wissen, was sie durch gelehrt hat, aber das weiß ich noch, wo wir das einmal klar ankommen, wo es schwer hat, dass wir jäuner Gewissen brauchen sie loszulaten. Und das ist ein Ding, was manchmal schwer ist. Goude Ding, was wir hier lehrt haben, aber wenn wir stoppen mit anderen, dann wird einmal was wir an, wir sind fast. Und das ist manchmal zu machen. Weet ihr, so ein Ding ist das, das kann so duib werden, dass ein Mensch einfach zu machen, wenn sie das loslaten, wenn sie haft einmal auf das Gebiet. Das nächste Bild, loszulaten. An das Fleisch loszulaten. Hier habe ich gesehen, wo es schwer, ein Mensch das ist, wirklich mal von uns eines Akt loszudrehen. Und bloß an der Allmache Hand geht es anzufuerten. Wir wollen dann auch da anzufuerten. Das schafft ein bisschen, das waren wie über den Wut an der Schlag der Brücke, aber gehen, da muss man wie eine Städte immer stoppen. Dann packen wir uns an das Olet so fast, und wir wollen erst eine Tau dort abstecken. Aber wie die Hand loszulaten, dann eine Hand, und es ist dort Sache, dass es geht wie immer. Angst habe ich. Weet ihr was? Ich will jetzt sagen, diese Angst muss auch loszulaten. Wir können nicht mit Angst an Gottes Hand nehmen. Wir können ein Vertrauen an Gottes Hand nehmen. So, das sind sogar die Dinge, die wir uns erst mit Geholen haben, die Brücke auch noch loszulaten. Ich sage, wir machen mal einmal ganz loszulaten, und checken im Glauben dort an, Gott wird uns nehmen. Ähnlich so ist es in Chintet. Ich vertel Ihnen, glaube ich, auch an eine Klaus von, wo uns Grotzehn und uns Jungs hat auch getan, wo uns ein Grotzehn stund auf der Rübeink auf der Läne, und an sein Vorder, an das jüngste Sehn, die stund an ein Auge auf, und dann hopst seine Haarchen, schmiert sich in dem Vorder sein Hänge. Und er lacht da, und es ging bloß schein. Und einmal sage ich, dass die Vorder ging da so vorbei und checkt weg, und das Junge, der hübslos, wie Schreie, er sieht, er catcht ihm. Dort wird die Vorder. Er wird plötzlich reintun, am Driepen, ja. Ähnlich als ein Bild, wo wir loszulaten und ganz vertrauen, wie fliehen in der Lauf und im Vorder sein Hänge nehmen. Dort braucht Glauben. Das habe ich nicht ohne Glauben getan. Und mir ist das interessant, wo Gott uns diesen Glauben ruht vorrat. Er verlangt diesen Glauben. Dort scheint manchmal so, wenn wir so sagewag krippen werden, und wir twiwelen noch, dann scher wir noch nicht antworten. Dort feilt sich das waren wie in der Lauf geräumt geräumt. und wir prachen. all Gott, jo, ich will nur die, ob er laut mich feilen. Da werden wir in der letzte Portmauer von her, dort, dann prachen wir die Glauben, was wir antworten können. Er kann den sticht, er kann den wach nicht sein. Das ist aller dies da wie mir. Und da brauchen wir loszuloten am Glauben, und dann, wann wir es hopsten, dann sie dort, dann sie in Hand dort. Und das haben wir am Glauben da. Noch ein Wicht, denk es, dass wir wirklich uns viel leben, das annehmen da. Das an, wie das viel leben, was viel mal eine Leihnis ist vom Teufel, was ans Morg Ding feilen, und dass wir an das viel leben wollen, Waren brauche ich das in Glauben, wenn wir wirklich glauben dann, dass die es nicht auf, die es wird, was wir helfen, kann ich mein viel leben loszuloten. Wenn ich viel verloren, ob ich nehm das an, was das Wort Gott sagt, wenn ich ankommen, dann nimmt er mich an. So was so das du mein di sternis los hübsen dörab dat wir dach wahren. Manchmal würden wir gleich das eerst mal dach sennen, euer wie hübsen. wir mal nach Kapitel 7 die erste fars lesen was in zu fennend bild es von loszuloten. Die erste drei fars wir haben die mal lesen. Hier sagt die nicht live breit wenn sie gered mit zonen wot die saats weite dass die saats hübsen die mens langst erlebt. So das ist interessant. Wir zahlen von die saats loszuloten in genoten leben aber die saats hübsen danach wenn wir nicht mit diese genoten erfüllt sind und wir leben und trafen alle mal um die saats non. So hier sagt wo die saats ist und dann braucht er ein biespel von der frühe und som würde vielleicht denken das meint dass man in frühe levens tot blieven und ob ich sei das biespel wird genommen von der saats die gemacht hat dort man in frühe levens tot blieven und hier sage ich das wenn die frühe und die man die hast gebung noem die saats so lang als er lebt oder ich soll sein so lang als der man lebt als die frühe gebungen an die man noem gesatz no wort von gesatz got sin gesatz got mögt adam und eifer und sagt er mögt dass ein man in eine frühe taub ein fleisch worden das wird gemerkt habe so von der schon dach wird manchmal je sage sie will das gesatz ändert die kann noch eine frühe ha aber got sin gesatz vor es nicht ändert das blift da in he schrift hier he red te sonne wort das gesatz weite dann dann sag so solange aus dem man lebt und sie jetzt weich von der frühe ich meine von dem man dann ist sie eine hebrächerin aber wann dem man ihr stofft dann ist sie von gesatz frie dann kann sie in einen anderen man gehen dort wo das gesatz ist nu wer klien wird reden von wat meint dit für dit wann ich mein fleisch mein fleisch leid auch wie kann sein den teufel wann ich dem aus mein maun ha mein leider mein haar dann ist es jen gott in gesatz dass ich noch am gönne kann ich mag erst klar ha dass ich död sie dort mein fleisch död ist an mich dann sie ich frei nach Gott zu gönne hier es war er los gelaten wir brücken ans fleischel leben ans teufelsche leben und ans teufelsche act brücken wir los gelaten euer Gads seine all mag funktionieren an uns solange wir uns an dat holen dann sind wir allmählich mit Gottes all macht hoff du knackten das was wir los loten machen da sind in hier berne weil wir geloten sind hier brücken wir nicht abgerecht sein wir sind film mal kriegst es das an die licht alle peknei to zin fleisch aber he checkt nach einmal do hahn he angst diese angst ist immer noch do gohn we checken einmal noch fleisch lech how about when I will hopsen und da wird doch noch sein was dann he wird mich nicht ripsen dann karach ich das beflogen ab dann ist oh ja so ich habe nicht das sind diese twiwels die an kommen daunen und das ist was uns angst macht we 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 wollen Jesus checken dann ist he das ober mal der gohn und mit jingen reed und sei in peitress ich sei verschwierender ich war mit die blieben ich war mit die sterben dann sage Jesus die waren mich alle verloten die waren alle weich ran und er sagt seine Säule betrieb hat am dood habe wir auch beträgt wenn ich menschlich denke und am glücklich hat ich so Angst dass ich wo soll ich haben wir fing da um tritt da ich sage mein Gott worum hast du mich verloten das ist selts wie viel was wir haben wo ist Gott er sagt komm aber wo ist er und hat es eine schwierige wo wir sind das eine Angst und da will Gott haben wie soll diese Angst los loten wir soll haben vertrauen und das sagt so klar in der Bibel er hat uns noch niemals angeschmeert er hat noch niemals sein woord je bereken nicht trüge was mit dat wo wir da nu und we we kicken andere menschen wie seine das sind die bang na menschen und wenn wir reden von diese bedreignisse wenn uns ein los lot oder wir reden von unsere depressión wie können sein das ein menschen die seien bin wie das in ruts gekomen wo raam wenn sie nam im geloof Gottes woord an die nam en scherat können sein an laf naan bat sie an seine hand an stopte sie musste los loten von er ak rund en stop ever en weet jy wat dat ak rund kann dat goch sein das wat wie viel mal kicken over ons jessel ja mensch bannen die berug diesen geloven forst te holen op Gottes woord wens dit wat got leg net at ons jessel je port ware jeloten losloten dis moon die nam bloos Schmidt dort ass het ek lot los nu red ik van angst Schmidt die na angst mo wa ja jo wer angst hafte sag mis angst waite schmiet mis angst want er ware wat sa en dumme losloten ek kon ik ik se faus wo so ek kan dat jett nich ek si da so lang ben hier waast da is an andre ding bad nis wat kan ek na mo waast losloten vertel laatsel die geschicht van dine vrou die vroeg me drak wat kost do mens lewe want die glick die hem gezeg verleend het weet je wat hier brug wie waar te versto want ek die mens zei en die leeg me ver mijn fleischel die mens zei ek leeg dem nis over min en ale mens zei ek leeg zin hootje ek leeg tot nicht wat hij dat ob ek leeg arm dat is een ungescheid want wie dat in een plek dan maar een mal los loten ha jo ek wel arm wem nicht wat hij dat dem wo ik leeg ober wer is wenn ik weet wat hij van hootje haft dan check wie met andere angst waw mool checken wat je passie het assen ons leven weet je dan is ek in depresjon wie ja dan check ek maar a mool treng en ik zei woon jah haf god me los jelood en and grabel ek zei vele mol so was van dat na word dan kom i de wald evan ik wier so bedrekt dat ik so dat j nicht do help god me am zo dat het ging do word ik maar aan god as wat het help me ek dacht bloos ek word erop vol die angst wat ek dan schree ik wier nicht door wo ek weer dan dacht ik am ek sa me eine mile wieder wo word taan zijn en dat is wat me die angst volder dit want ik bloes naam wat karak nu jet oja wat moan ik wat oja worden o mi is angst dat wat oja worden en do saag ik wat gottes word as war het ek kon me do verlooten wens he wies mi niet de nächsten dag he wies mi nu en ho like die wot more wat saan wiet we noch nicht en do hoop me te aamal verstaan en gods wien wiet zentraag en wien we beden doiden dan word het leichte woeram das in god en dat fang ik te geluwen so ek kon mine angst do reich los worden met mal unzelheid te nemen en me mal prieven wo zie ek do met j ek saai ek moos los loten ek saag dat my wat mi geradste angst moog wiet dat wat nog nich as dat wat to as dat jet nach waaring no min bok feil en dat schoft dat is niet schocht noch nich moos je eigel alle hand an nemen vo goos ob ben nach lewek nach kan eten nach kan schofen min oams schofen min charpa schoft so kap dieselt majmol oba dat jet is nach schlaag dan zich mool offline dat van dat wat nich zo weer da mo fang ran te wossen en dat is wat an so schwar ik kreik so is het moot sin de teufel zegt die has zoveel sin gedone die was moot zaya buse done dat dat wat het reken dat woot niet moog zo zijn wat got die word verjeven en wat zo go man je zegt die sin is zo groot die kan ik niet verjeven die wosch du moet bij god die ryt beden ik zei dat zijn don wo groot de sin is wo clean de is die verjeven krijgst die alle mool bloes van god dat is che mensch wat die verjeven kan en so mensche die zain ja dat kan ik bedreggen is dan oh et ha bladst den helgen jes gelast dat en do sa is che ne verjevvung fair or we komen die stop nan dat wie say no jo do kan che nan god komen as dan hij traikt dan sen wanne hij niet traikt dan kan ik niet rank kom een vriend hoer ik die sag maar god is all wiss en en wite die nulkel as ik wanne hal in himmel zijn wat help me wat progen wank hal past to do en wite x hal hal met all nisht dit zijn ding wat die toifel ons do seins instaalt god is woord brokken en hij maakt ons dat angst te holen zo tja wie fail far nemen wat we vingen down en weet je waar ik van reed ik beleef dat met menschen die zijn daar bijna vast ze glijven ze zijn waarom ze zetje god waar ik vinger stof in wat de toifel zegt du hast to veel zin gedoen door in vinger lini dat zijn al die leegnissen want we karek nu denken wat we nu zijn en wat we nu kan en no god kon ons los lot ja dat vormel gelooten worden vormel niet angst ha over all deze ding god zien wordt als war het en hij haf zin zin gejev voor de goons ze wel zijn wanne hij tot niet met war het zei kon dan wude hij zei bero die wat hij jes gelast haf bero die wat to schlache was besacht hij haf die Sünde ola betult oh dan zei wat meint de helde jes des laster ruk aquel jün zain dat ik alles verstaun kon het schraaf ob aquel jün zei wat a gläuver dat meint deze helde jes des laster ruk wie jesus van reden der is wo de schraaf geliehet en pharisäer arm bescholde deiden he deed op teufels kruf dat wat he deed en zain zain as de mensch den helden jes wat non check as ne teufels kruft was cain verjebwung fern nich in des walt dgn jane dan wo wie niemals verjebwung kreien dat zain jes vrst wie bruke ter chane dat de helden jes is na allmache kruf en de teufels kruf as na andre wie chane dat nicht tuprieren nach ein waj wat a gleibwot dat meyne dat is wan wie den helden jes laster waren dat zain waj wie jesus waren en god waj is verjebwung o de helden jes as nich waj 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 helden jes nik horche waj do waj cain andre rade kum waj dit nik waj ane do vaj ds cain verjebwung dat is eik dat vaj 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 so dat waj waj has jes zindig or di has goa den teufel gedeint dat ning kos no Joshua si dat uj respectable vaj niet ore vaj vaj want vaj net vaj Anyone vaj had do do nur dem, was wieder erkannt ist, von dem Heiligen Jesu getrennt hat. Von dem hast du keine Vergebung. Wenn es dir klinkt, den Heiligen Jesu mit Feind unge. Er achtet ihm nicht aus einer Ratung. Du hast nicht Vergebung für. Dein Maut war dir Sünde. Doch man hat wie Kloh her. So losloten, als ein welcher Denk an sie weiter losloten, an sie badenisse losloten, an sie angst losloten, und dort werden sie losloten sein. So sie glatt soll sein, die der oder die Wohntes so schmal von losloten annehmen, ob wir Brücke losloten. Die Entscheidung moet doch klar sein. Ach, wel. So sind sie, hopse an, Gott sind genoten an. Du hast, wo wir loskommen von unseren Schwierigkeiten. Gott, check mal, wo Angst ich habe. Das ist, was er sagt. Gott, check mal, wo Angst mich ist. Wie würde gleich, wenn wir im Twiwel sind, als wir wellen losloten oder nicht, dann prachen wir bei Gott und erklären, check mal, wo vorst du dich hier sind. Check mal, wo ich gesündigt habe. Check mal, wo ich alle tun habe. Check mal, wo ich die letzte Zeit dumm sah in dort. Verrückende Menschen. Ich fliege die, check mal, Gott. Dort ist, wo wir dann anfangen zu dräbeln. Weißt du, in welchem man er sei, zu mir ist es dort, zum Menschen sein, zu mir ist es dort, wenn du wüsst, was ich alle tun habe. Dann wüsst du nicht, fällig ich nicht mehr an mich. Andere sage ich, ich kann niemals zu wem sein, wie man das hat. Du hast nicht einer, was mich verstehen kann. Nicht mal Gott. Ich habe am anderen im Gebet gesagt, aber ich kann mich auch nicht verstehen. Wenn es erholt mich nicht. Dort ist er noch, was anfangen, und Gott zu checken, entweifelt. Weil ich ever stoppe, weil ich nicht. Wir brauchen das loszuloten, und hier und ab mit ihr Hand wiesen, ans Gott ever geben. Wir haben das Bild, ich weiß nicht, wie wir es sind jetzt, aber ich habe es so gemult, so ist es manchmal das an uns. Wir looten noch ans Fleisch los, aber wir fanden noch nicht an Gott an. Denn wir wissen nicht, wo er ist. Wir finden ihn nicht. Waren, die geloven, als was wir brücken tun. Ein Fieser, das Vers 12, das heißt es, mit was wir zu kämpfen haben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Wir haben mit der Mache Gäste, wo wir im Himmel, auf diese Welt, harschen tun, eine dienstin ist. Mit dort haben wir zu kämpfen. Und das ist dann, was wir nicht mit uns an unsere Augen sein nicht haben. Da haben wir gesagt, in Hebräer, die erste Vers, was wirklich geloven ist. Wir glauben an was, was wir nicht mit uns an unsere Augen sein nicht haben. Das ist, wo wir uns in eine allmache kreifen, nicht mit uns geliehen. Und das ist, wie die Transformation passiert. Die Verwandlung passiert. Gott ist allmache haunt. Halbt uns mit all unsere Troubles rüht. Verloot die ab dich. Das Wort Gottes sagt hat. Und verloot die ab Gottes haunt. Loot die enige Fleisch los und vertraut ab Gottes haunt. Du hast wo wir können ganz die lote bannern sein. Und all die troubles was du hast. Wo ihr looten verloot die ab die haunt und leid die an. Und loot das los. Das wo wir kommen chan. Psalm 1 für dich nehmen aber all. Wie fing das klar dort die Teufel ans mit seine Schlangen versägt vor zu bringen. Es sei manchmal ein biechspel von jeder sinn was wir tun und holt er einen Strang rum. Da wir noch einen sind und holt er noch einen Strang rum. schliesslich von bobe bar un gebackt. Mir fällt einmal von dem game gespielt worden im Zentrum an zu schaff und dann hat es ein Tape und wird aufgespielt. Jedes Mal war ein Tape rum geholt. Und schliesslich die wir von bobe bar un die Beine alles ganz hoch getebt und es stund es dort. Und dann war der Beispel gebrückt das was Jesus will. Er kämpelt und holt einmal mit Maße verleing und sind wir ganz los. Ganz von sonst. Das ist was er ist. Er macht uns los. Und hier sagt Gott und Beispel was erklärt kann. Gott dem Teufel so verschlängen dass die nicht mehr können uns schaffen. Er holt dem Teufel fast. Er macht dem fast. Und weißt was? So er den einen Eich. Sie loten waren weil ich nicht erkläre dass die wirklich von diesen Tegere was den Eich ist. Die blift so lange es den fleisch der lebt kommt der immer hängen er an. Aber du darfst nicht Angst haben vor dem. Du darfst nicht mehr Angst haben. Wenn du am Glauben der Gott hängen leid ist und Gott hängen leid ist du konnt diese Angst auch hängen blieben wenn sie versprochen uns zu übernehmen und auf dem Teufel die Macht genommen. Der Teufel kon nicht mehr durch ans fleisch ans bingen wenn wir uns an Gottes hand holen. Dann schmitte die schlank und haben das eben ans ene neck. An ene neck ist dann so wenn wir los denken da und wir sind in früh gingen dann ist das egg nach fuhr zu zu schicken. Dann sagt egg da war zu schicken heim. Das kommt an. Aber wenn wir diese all mache kraft dann sei wie der schlank da einmal aber wie weit dort der himmlische Vorder haft der sind verschlangen und vorst geboren. Wie klar. Wie darf nicht. So ist das mit dem Brinker. Wenn er wirklich an Gottes Glauben antworten hat und den Glauben an Gott antworten hat und er zittert schnopstür da ja hat gek der Hahn und hat gesagt mit dartsht ober die teufel haft nicht mach du hast das hell ja jäst wo an wie an packen und die leiden sterich wo der hell jäst die nimmt der kauf und wo der erklären will es wenn die da nur das schnopstür tics und jäst mit dartsht wo der hell jäst sag weißt du wat laats passiert dan sie drunks weißt du wat passiert dan got die los hop dan sag die mi fehlt dit nicht doan so sag jäst ma wenn liet verbungen sind wat got geplohnt have und das we reden von lost in life joh lost weet je dat sex life en life is gottes life ek bruk dat ma som biespel want god is plohnt ass twas ne helien or ken junges want god zon plohnt jön ass dat jwite wat jön sex jviel ass dat jön 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 wat jön jöjft haf am wan jön befreit sind wan dat klo ass dan sit na strunz nich mol schmack dat lost nich mol wens ans ekel dat wie hat toe wat fans das tun wet falle dat kon ik nicht verspeel wie check getrey wo wie dat wiet falle jre ha en dat so veel maja wiet wat dat post alle we ha en dem eind farge wat jesus zah in matthäus kapitel 4 farge 17 saag nich dat ex jkomm dat jesats weis te nemen ex jkomm dat te erfel en hier bude ex saag nich dat man ich wot no half nok je früh checken ober gatt jkomm ans ter falle dat ons jk on jk dat erste mal checken dat jk jk wens we seine dat kreik saag no schmack pek up checken so check we do han saag no schmack bla check so check wie do han we seine dat ober wie maat je futz dat word gatt as schop as dweishn jitsch werd we tjane futz marken as teufel rass plus natuerlich en ek jw mag rood en feil jw rood wande zon sitz dan do natuerlich dynke oh god die has na schmack gefrü gemelkt ober ach ha min en natuerlich jo alle frühe is schmack ach had mo belefnis in dat in pein steden en na hadden so an grote ut stalling en ze fanden me laud an sekt do han for and dan sa he jo dat we nich o la fami when se horre so in stalen wo na frühe wir wat sejafend oe trokken wir lang niet oe trokken we so glich seien ober do jenke ich ook fabi en dan dynke ik do we koe pa woll en do wier frü is de chan de sa god chan de me go dan hildes mi furt zyn klanda haan wald i n klanda jeven en ball pan en matz na jo eik dacht al furt so an wat waird sen a men so pitt sht bilt an dem klanda dat wie al so wair eik woul an z woon legge ha oda hänge ha so eik blera dat ewa an an sa dat na diene vrug gleicht waarschijnlijk nich wanne ik so de bilde ha ik sa eik gleicht eik eik ha eik 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 so bilt is dat wail eik no hänge ha wail dan hore ik dat vore hans durf ek niemo ma a sa eik dan hore dat klo w dan zik ryt gonne eik dan champ don a ha na van de o wair an pra hat mi a sa eik na vell im bild of gen o mo ham at jane frit top eik kan ston en fote de arme ne me off eik kone heimel sa so dat zik wang wang wie nis klo het ham hort wot 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 volle as wang wang heimel heimel feld sant do as wo de las scho for that they dink tja we los loten gonne s loten los loten en ons erfel loten so dit is de waag wat gott wil ha wat wie zelle gonne hai wot den teufel verslangen en fastholen wan wie ons erfel loten van am dan haf die gonne ma an ans krax is dan godes wot 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 gonne 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 klo sae en dem nom joses teufel da has to verlooten a kha mi ans loten in chint gott est to sae an hir as de wicht chet dat wot dize gonne loten het chenne ha en dat dat stem mat ans anfang van teufel ans camp prouwen vich henne jelote ans jelain het brocke en sae jem am nomi joses verloot ja ag si gott sin chint ag doof nich am folje so doha ha act de jelain hat gott sin kroft brocke doha act de jelain hat min erfüllung te brocke o won ag twiwel as ag erfüll si wot daze daze teufel hafte teufel en wekje so mensche sensus dat oh de mensch des ni al gonz me teufel beset de wen se kan so goe jen sin stun da hafte teufel mal gonz en er sed mi mo bi de tjoeck de teufel boven ben en an se tjoeck schoft de noch wo am schoft de boven na wens de haf holla kan holl schlupen wanne weish anfange draal te war mot wo de hell jes schoft wo de teufel schoft det en en aquel goe se do as ni verjeb on fè aquel se de mensch fengt ni verjeb on ben si es verbiest dat do as dan noch verjeb on kever sein ober hai geribs ni no de verjeb hoi na zine vertwiebeld het no so hebanan zich versodder net